Hallo, mein Name ist Leonie Beck, ich bin 23 Jahre alt, bin Freiwasserschwimmerin und studiere Medienkommunikation im Master. Meine größten sportlichen Erfolge waren letztes Jahr bei der WM 2019 in Kanshu. Da habe ich die Bronzemedaille über fünf Kilometer gewonnen und konnte mich für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 bzw. 2021 qualifizieren. Während meines Bachelorstudiengangs hatte ich 2016 noch die Olympischen Spiele, wodurch ich sehr, sehr viele Klausuren nachholen musste und die habe ich dann zusätzlich zu den anderen Klausuren in den nächsten Semestern nach und nach nachgeholt, wodurch es dann auch kam, dass ich mal in einem Semester sieben Klausuren hatte. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Unterstützung der Deutschen Sporthilfe und der Deutschen Bank, da ich dann nicht gezwungen bin, zusätzlich zu Sport und Studium noch zu arbeiten. Wenn man sich im Sport oder im Leben Ziele setzt, die man wirklich erreichen möchte, dann ist auch genug Motivation da, um die zu schaffen. Das Sportstibendjahr des Jahres 2020 wäre für mich eine riesen Anerkennung dafür, was ich leiste mit Sport und Studium zusammen und ich möchte ein Vorbild sein für die nächste Sportgeneration, dass man wirklich beides vereinen kann. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Ihr könnt auf der Homepage für mich abstimmen und in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag Sportstibendjahr 2020 Leonie für mich voten. Jeder Hashtag zählt. Myles rockstibendjahr 2001 Rockstibendjahrung Highstibendjahrендjahr 2015 Machstibendjahrнуть